hallo leute hier ist wieder der stefan von auto kümmer es ist wieder so weit es ist wieder bundesweiter warntag diesen donnerstag den 14 9 2023 um 11 uhr starten wieder alle warnmittel die wir zur verfügung haben zum test um uns zu zeigen dass man auch im notfall gewarnt werden wie gewarnt wird dazu gibt es tolles youtube video da werden wir kleine reaction drauf machen vom bbk vom bundesamt für bevölkerungsschutz ja nix mit hasen mit rote augen nachdem der 2020 warntag ja die totale katastrophe war so schlimm dass 2021 komplett ausgefallen ist gab es 2022 scheinen warntag und da gab es eine umfrage über 850.000 menschen mitgemacht haben und das ergebnis daraus ist hochinteressant auch das werden wir uns noch anschauen und daraufhin gebe ich dann noch tipps wie ihr zum beispiel überhaupt so eine warnmeldung erhalten könnt mit dem handy über die verschiedenen möglichkeiten wie selbroadcast nina etc wie sie alle heißen und wenn dich das interessiert dann bleiben einfach dran starten wir mal warum gibt es überhaupt diesen bundesweiten warntag naja weil viele einfach gar nicht mehr wissen wie sich eine sirene anhört weil viele gar nicht mehr wissen was diese einzelnen sirenenzeichen bedeuten oder dann völlig überrascht haben wenn plötzlich ihr handy irgendwelche lärm von sich gibt den sie noch nie gehört haben und da stellt dann plötzlich was wie bei mir vor 14 tagen achtung bombenfund aus dem zweiten weltkrieg dieses gebiet massiv meiden weil ziemlich unangenehm wenn so ein ding in die luft geht die ziele haben also ganz klar das erste ziel ist die bevölkerung zu sensibilisieren passt auf leid es kann zu katastrophen kommen haben wir im art halt sein vielleicht hätte das das eine oder andere leben gerettet wenn man rechtzeitig solche sachen rausgeschickt hätte wie wir die jetzt zur verfügung haben wie selbroadcast zum beispiel werde ich dann noch erklären und das zweite ziel ist natürlich ganz klipp und klar zu testen ob das überhaupt alles funktioniert oder nicht nachdem es 2020 beim ersten test ein solcher reinfall gegeben hat dass eigentlich so gut wie gar nichts funktioniert ich glaube mein nina hat dann irgendwann 40 minuten später reagiert also ich wäre wahrscheinlich schon verbrannt oder sonst was wenn irgendetwas gewesen wäre 2022 hat es schon wesentlich besser funktioniert wie es ihr mir damals auch geschrieben habt aber wie gesagt da schauen wir uns gleich die auswertung an was wird überhaupt gewarnt natürlich klar hochwasser überschwemmungen lawinen gefahr erdbeben vielleicht sonnenstürme chemie unfälle es kann ja immer mal lastung bei euch vor der haustür verunglücken der irgendwas chemisches geladen hat oder radioaktive abfälle oder sonstige geschichten es kann akw irgendwas passiert sein es kann einfach wie gesagt wie zb diese fliegerbombe passiert sein es kann wie in münchen damals der amok lauf gewesen sei all das sind dinge über die ihr gewarnt wird zum teil über die apps zum teil über sell broadcast und heute den ganzen resten bis sirenen was nur zur verfügung haben da muss ich aber wissen wie was das signal bedeutet damit ich dann richtig reagieren kann so leid ich würde sagen um euch zu zeigen wie ihr gewarnt wird ein schönes beispiel ein video vom bbk richtig gut gemacht wird sagen springen wir einfach mal neu guten morgens jüli den anfang überspringe ich jetzt einfach ein bisschen da geht es einfach darum man rechnet ja nicht damit in dem moment dass es zu einer katastrophe kommen könnte sondern man ist vielleicht in der arbeit in der badewanne oder sonst noch im fernseher und der rechnet ja jetzt war plötzlich eine explosion er hat es nicht mehr mitbekommen das war jetzt ein schönes beispiel es kriegt auch nicht jeder mit wenn irgendetwas passiert oder manche hören es vielleicht und denken es war fernseher das war sonst etwas von dem her schon mal ganz guter anfang jetzt so da gehen wir wahrscheinlich haben bei der ILS vermute ich mal leitstelle ja die bevölkerung waren ja was ist denn bei dir passiert ok alles klar machen wir zeigt jetzt mal wundersparsches video wie das bei denen funktioniert weil das kriegt ja von uns auch nicht jeder unbedingt mit also jetzt eingestellt den gefahrenkreis oder eingestellt welche gefahr das ist ob es landesweit ist regional wir unterbrechen unser aktuelles programm für eine dringende durchsage im örtlichen chemiewerk gab es um 9 uhr 10 ortszeit eine explosion also hier das erste warnmittel war der radio das zweite warnmittel ist jetzt cell broadcast sowas kriegt ihr dann auf euren handy wenn sie in diesem gebiet seit voraussetzung euer handy kundes ganze da kommen wir dann später drauf die feuerwehr ist bereits vor ort es kommt zu dann natürlich auch nina et cetera cut waren die ganzen warn apps wie sie alle heißen die reagieren natürlich auch da drauf sollten starke rauchentwicklung habt ihr dieses signal gehört das ist nicht wie die feuerwehr sirene lang andauern sondern wichtig sich das zu merken wenn das kommt freunde dann ist die kacke am dampfen dann schaut dass ihr radio kriegt fernseher oder sonst was und dann wisst was ist bei euch los im freien auf bitte begeben sie sich sofort in geschlossene räume schließen sie vorsorglich fenster und türen und der nächste punkt auch sehr wichtig alarmiert eine nachbarn oder die die es nicht mitgekriegt haben ganz wichtiger punkt vielleicht alte leute nicht gut hören die keine hände nicht mehr haben oder kein solches da vorne auch das ist zum beispiel in jedem fernsehprogramm müsste dann das kommen unten die warnmeldung das fernsehprogramm läuft weiter aber die warnmeldung muss zumindest in deutschland werden warnungen über verschiedene mittel und wege ausgespielt damit möglichst alle schnell und rechtzeitig gewarnt werden hashtag warnmix für deutschland also wenn man sich das vergleicht mit dem video das es schon mal gegeben hat mit die hasen mit die roten oren mit die roten augen da mal sagen sehr gut ihr habt es auf die kritik von uns gehört liebes bbk top video link gebe ich unten könnt es euch auch noch mal gern anschauen und dann andere weiter verteilen damit die nicht überrascht haben schauen wir uns doch mal an wie hat denn eigentlich der letzte warntag so abgeschnitten dazu gab es eine umfrage und unglaubliche 851.000 menschen haben an dieser online umfrage teilgenommen ich ebenso ich denke viele von euch damals auch habe ich ja darum gebeten und sehr interessant was dazu als auswirkung gekommen ist der erste punkt der eben dann eingeführt worden ist bei die warnmeldung ist das self-broadcast das ist man könnte fast sagen wie eine art sms funktioniert aber auch wenn die masten bereit zu überlastet haben etc ist ein eigenes system und der schaut einfach jeder der in diesem funkmasten in der nähe ist der wird hier informiert ob er damit was anfangen kann oder nicht und hiermit wurden auch die meisten menschen tatsächlich erreicht also wir kommen dann gleich aufs ergebnis aber sehr interessant was wurde alles getestet also self-broadcast haben wir schon gesagt dann nino also und andere katwan und wie sie alle heißen die apps dann medienanstalten radio tv sender fahrgast informationssysteme am bahnhöfe haltestellen etc zentrale warnportal 2020 hat man ja das problem dass mobas das große system zusammengekracht ist weil zu viele leid gleichzeitig da drin rumgespielt haben das war auch also da steht es eben auch was das war das problem eigentlich beim ersten mal dass da halt dann nichts funktioniert hat weil halt die von oben vom land gesagt haben wir drucken jetzt drauf für alle und die unten haben aber dann auch gesagt vom landkreis naja ich drücke auch nochmal drauf weil ich muss sie auch warnen weil sie noch keiner auskennt hat das war jetzt im zweiten teil wesentlich besser sie haben das system auch modernisiert damit ist diese anfragen überhaupt abarbeiten kann insgesamt eine stunde nachdem quasi das ganze fertig war waren schon 200.000 rückmeldungen da und insgesamt haben 851.000 menschen an dieser umfrage teilgenommen respekt finde ich super man merkt das thema ist in der bevölkerung angekommen über 90 prozent der erfragten also 92 prozent haben in irgendeiner art und weise sind gewarnt worden 10 prozent sind leider gestorben die ja nicht gewarnt worden aber immerhin schon mal 90 prozent im vergleich zum ersten mal was vielleicht 30 prozent waren ist das natürlich ein brutaler quantensprung schauen wir mal wie es dieses jahr wird ich bin echt gespannt drauf es ist auch ganz interessant wie die leid auf das ganze medium auf und auf dem warntag aufmerksam gemacht worden im vorfeld hier ist es zum beispiel grob bei den jungen 12 bis 19 haben es die sozialen medien so in meinem alterskreis haben immerhin nur 40 prozent über soziale medien also von mir etc. meine kollegen in andere gebiete darauf aufmerksam gemacht worden durch werbung durch sonstiges bei den älteren ist es eher die zeitung und das tv also sehr unterschiedlich wie die leid informiert waren aber viele haben das gewusst oder fast alle haben eigentlich gewusst dass ein warntag ist zwar beim ersten mal auch nicht so also 90,8 prozent der befragten haben tatsächlich eine warnung erhalten ein guter wert gegenüber 2020 aber mit luft nach oben es haben dann auch gesagt dass zum beispiel 32 prozent haben gesagt sie haben mindestens zwei warnungen erhalten 21,3 warnungen 27,1 und 9 prozent eben gar keine und die meisten haben tatsächlich hier über selbroadcast mit 53 prozent gemeldet äh gewarnt waren 50 prozent über warnapps wie nina das zeigt mir auch dass an dieser umfrage halt die leiter eingenommen haben die sich mit dem thema beschäftigen weil es haben mit sicherheit nicht 50 prozent der deutschen eine warnapp wie nina drauf schön wäre es sirenen signale haben aber trotzdem 50 prozent gesagt das fällt mir wieder gut bei uns natürlich nicht aber das sehen wir gleich noch wenn man sich hier die karte anschaut wer mindestens eine warnung bekommen hat dann fällt hier auf bahn hat einfach wieder nicht mitgemacht ich kann es nicht verstehen es kotzt mich an warum hier in bayer nicht gemacht wird klar wir haben noch die sirenen bei uns ist viele bayerer feuerwehr etc aber deswegen muss ich doch an seinem warntag mitnehmen also das greide ich hier denjenigen an die in bayern für dieses thema katastrophenschutz zustände können für mich erschreckend das merkt sich dann auch diese selbroadcast probe warnung brauche ich mir also keine sorgen machen weil hier in bayern oder in diesem bereich haben die wenigsten eine erhalten das sind teilweise dann nur so 20 30 prozent scheinbar hat man auch da nicht so mitgespielt bei der ganzen geschichte auch das ist wieder punkt wo ich sag ach kommt mir die galle hoch hier geht es um menschenleben freunde das ist kein spaß nicht bei nina hab ist zum beispiel aufgefallen 1,2 millionen menschen von 14 millionen handynutzer haben keine warnung erhalten das problem ist nämlich folgendes dass du bei nina zeige ich gleich auch einschalten musst zum beispiel deinen landkreis oder einen ort wo du bist oder eben auf dass die deinen standort mittracken denn sonst kriegst du keine meldung weil der schickt die was weiß ich an den landkreis traunstein bei mir und wenn ich den nicht eingestellt habe ja dann kommt halt nichts was ganz interessant ist so war es ja bei mir auch ich wurde nicht über selbroadcast gewarnt und wo denen die nicht gewarnt waren sind 41 prozent dann über nina gewarnt worden war also bei mir das gleiche letztes jahr sirene gab es bei uns natürlich wieder nicht auch hier sieht man es wieder ganz deutlich der süden hat eher nicht so teilgenommen hier war die häufigkeit sehr hoch ich weiß bei uns läuft die sirene 2 bis 3 mal die woche mit feuerwehreinsätzen aber es ist ein anderes signal und gerade da wäre es eigentlich wichtig dass die leute mal hören das kann ja nicht nur feuerwehreinsatz sein es könnte ja auch mal was anderes sein und so war dann auch die zufriedenheit gerade in Bayern unter aller Sau mit absolutem Recht Freunde sollte das hier einer zuschauen und ich weiß da schauen ein paar Landtagsabgeordnete mit zu macht es was das kann nicht sein dass das wieder so erschreckend ist so weiß hier in dem Gebiet oder auch in dem Gebiet hier es gab dann auch so eine Umfrage wo du dann was reinschreiben hast Kinder und die meisten haben sich tatsächlich gewünscht so wie ich auch dass das nicht nur einmal im Jahr passiert sondern vielleicht keine Ahnung jedes Quartal einmal Probe-Meldung damit die Leute einfach verstehen oh es könnte jetzt doch was sein vielleicht sollte ich da mal mit der Krisenvorbereitung beginnen insgesamt kann man als Bilanz sagen der bundesweite Warntag war ein Erfolg im Vergleich zum Jahr 2020 ganz definitiv aber es ist nach Luft nach oben liebes BBK 10% wurden gar nicht gewarnt bei vielen ging es selbst broadcast nicht schauen wir mal wie es dieses Mal wird die Kernergebnisse waren 9% sind erreicht worden das bundesweite Warns das modulare Warnsystem des Bundes hat dieses Mal funktioniert es kam zu keinen Abstürzen mehr da bin ich sehr froh drüber weil es kann ja nicht sein es ist eine Raketenwarnung oder sowas keine Ahnung oder es stürzt ein Asteroid ab oder irgendwas passiert und das System funktioniert nicht und tatsächlich wird die Durchführung des Warntags von zwei Drittel der Befragten als sinnvoll bewertet ein Drittel nicht muss ich sagen kann ich nicht verstehen weil Leute jetzt testen wir das nicht und wir haben es doch erst gesehen im Ahrtal wenn die Leute nicht gewarnt werden dann sterben Leute und das sind wahrscheinlich die ein Drittel ist wahrscheinlich die die dann sagen ja warum hat mich denn keiner gewarnt nein weil es halt nicht funktioniert hat hätte man 2020 den Warntag nicht gemacht nicht gehabt und es wäre mal was passiert hätte man dann festgestellt oh das klappt ja gar nicht das Vertrauen in das Warnsystem in Deutschland ist ausbaufähig 23% der Befragten gab man sie haben überhaupt kein Vertrauen zu diesem Warnsystem 13% haben gesagt sie haben volles Vertrauen ja definitiv Luft nach oben kann man aber auch von dem Warntag 2020 kennen Schauen mit Cell Broadcast das geht relativ einfach indem ich hier quasi in meine Einstellung gehe zum Beispiel und dann gebe ich hier oben Cell Broadcast dann kommt es bei mir schon es kann sein dass es bei euch ein bisschen länger dauert aber ich habe es heute schon mal gesucht und dann muss natürlich hier Benachrichtigungen sollte natürlich dieser Service hier angeklickt sein auch bei erweitert nochmal das anklicken dass das auch wirklich bei euch ankommen kann die Berechtigungen zugelassen hier sollte natürlich alle Berechtigungen zugelassen sein sonst funktioniert das Ganze leider nicht gehen wir zu Nino bei Nino ist wichtig dass hier ein Ort drin steht ihr könnt es ja einfach mit einem Plus zum Beispiel einen aktuellen Standard machen dann findet es euch immer funktioniert bei mir im Handy nicht weil ich das deaktiviert habe aber ich kann auch hier zum Beispiel eingeben einen Ort ich gebe jetzt hier mal bei uns Traunstein ein so und jetzt kann ich hier unten einstellen will ich nur direkt Traunstein haben will ich im Umkreis von 5 Kilometer das Ganze haben will ich die Gemeinde Traunstein haben oder eben den Landkreis bei mir ist der Landkreis eingestellt so kriege ich alle Meldungen die quasi hier Warngebiet hinzufügen hinzufügen zack und ihr seid den Ort drin wir also nicht den aktuellen Standard immer haben weil es geht nie noch nicht so wo ich mich immer befinde mache ich allerdings an wenn ich irgendwo durchs Land fahre der nächste Punkt ist auch ganz interessant das ist diese Karte hier seht ihr was gerade für Meldungen sind wir sehen also hier zum Beispiel bei Oiskirchen bei Bonn Betretungsverbot für das Bergschadensgebiet statt Mechernich dann habe ich doch hier unten auch nicht gesehen ah hier Nähe Stuttgart sogar Rot Trinkwasserverunreinigung Abkochgebot in Böblingen natürlich hochinteressant zu wissen ups da ist ja was sollten wir mal schauen dann haben wir sogar hier auch noch mal was bei Ingolstadt in der Nähe in Neustadt Bakterieverkeilung des Trinkwassers ja heute ist es aber was ist denn heute los also ihr könnt es da ist auch noch mal schauen wir mal hinter Passa Abkochanordnung für Teile weh gescheit ja heute ist und da drüber auch noch mal und nur mal eine Abkochanordnung also ihr seht diese Leute sind gerade gewarnt worden von dem her ist das absolut wichtig so eine zu haben es gibt dann hier auch noch Notfalltipps wie ihr euch dann jeweils verhalten könnt jetzt bei Hochwasser bei Unwetter Gefahrenstoffe Notfahrräte Notgepäck sind also so die Tipps drin die ihr quasi auch in der Broschüre findet von dem her ganz interessant so hat man es immer mit dabei weil gerade wenn man bisher vielleicht in Panik verfolgt ist es ganz gut das einfach nur mal zu lesen oder Notfahrrad was hätten wir denn haben sollen also besser vorher das Ganze haben einfach mal durchschauen könnt ihr euch mal anschauen bei Einstellungen ist es auch noch interessant hier Sirenen tun auf das Gerät kopieren dann werdet ihr mit einer Art Feuerwehrsirene so ist es zumindest bei mir bei mir kommt eine Art Feuerwehrsirene wenn Nina eine Warnung abgibt wie immer sage ich schaut beim BBK vorbei sucht euch diese Broschüre mit eben der Checkliste mittendrin was ihr alles tun sollt oder ladet die auf meiner Homepage runter die ist bei mir gerade momentan nicht drum weil ich ein kleines technisches Problem habe ich gebe euch aber unten den Link damit ihr euch die quasi downloaden könnt das ist quasi die fortgeschrittene Version von der Checkliste von der BBK weil ich einfach sage das ist für Anfänger ja das ist nice to have mit meinen ein paar Sachen an die die nicht so gedacht haben genau insofern am besten beides runterladen durchchecken was hat man daheim vieles davon hat man daheim wo man vielleicht gar nicht dran denkt und das andere halt bei Zeiten besorgen denn die nächste Katastrophe kommt denn ihr wisst ja wer es nicht schafft sich vorzubereiten ist vorbereitet es nicht zu schaffen oder wie ich lieber sage wer es geschafft hat sich vorzubereiten ist vorbereitet es zu schaffen in diesem Sinne schreibt es mir am Donnerstag in die Kommentare rein wie der Wahrentag bei euch war mich würde es interessieren ich bin leider nicht da bis zum nächsten Video euer Stefan von Autakimga Servus